Heute kommst du mir nicht aus, heute muss ich dich klären. Ich locke dich auf, wie ein Vogel. Zu mir hinaus, über 96 Stirken, ins Zimmerkabinett und kugeln. Ja, mein. Das ist heute heiß. So weit laufen. Puffa, das ist ja ganz kurz fix nochmal. Oh, ich verrät gleich. Ja, so ein Scheiß. Seh ich mich mal, doch, ich darf. Was fällt dir denn von uns? Ja, der Bauer sitzt ja da. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich, Bauer. Was fällt dir? Ja, sag mal. Wie ist denn das? Du, Bauer, hast du eigentlich eine Mille da? Hä? Eine Mille, will ich? Hä? Äh, Mille, hast du eine Mille da? Olga! Mei, oh, mei. Olga! Äh, wen schreist du denn jetzt da? Hör doch, was soll du? Olga, du schnackst doch und verstehst doch unländisch. Äh, ich kann kein unländisch. Was hast du gesagt? Ja, ich hätte gedacht, wenn du so schüttend hast, dann hört sich das so an wie unländisch. Und da habe ich gedacht, du verstehst das. Hölfmal, äh, komm mal runter. Was hast du denn da gesagt, ach? Sag mal, jetzt du russisch rückwärts, sagst. Ja, sag mal. Sag ich, sag, äh, fähig nicht, was ich will von mir. Was will du von mir? Ich will von dir gar nix, ich verstand dich nicht. Hä? Ja, was denn, ha? Hä? Hä, was aber, hä? Du bist ein dummischer Hirsch. Gib mir doch einmal eine Antwort, du, Hame, du Elendiger. Was voll du mit dem Pot denn jetzt? Weil, Hönnensupp, was voll du? Hönnensupp, voll du Mocken? Ja. Sag mir, Olga, stell den Pot mal auf den Tisch und geh mal hin, hol mir den Carsten, den Labeltop und dann geh mal unter Kugel, Übersetzer und dann guck mal, was dey von mir will. Was schnackst du? Bayerisch rede ich. Chinesisch, Sponisch, Italienisch, Polnisch, Akitsche, Cendapre. Nein, du dummischer Hirsch, ich rede doch bayerisch. Sag mal, kennst du dich in deinem Hirnkastel überhaupt nicht mehr aus? Ja, kurvomatsch. Ja, sag mal. Russisch. Nein, hab ich gesagt bayerisch, du dummischer Hirsch, du dummischer. Ech, hol mal, Olga, ech, ech, hol mal, ech, komm mal mit. Meie, jetzt muss ich doch da mal schauen, was da drinnen ist. Ui, ja sag mal, was ist denn da drinnen? Ui, mein Gott, ja sag mal, was ist denn das? Ja, ja, fix 3,5 noch mal. Ja, sag mal, was soll ich mit den Händen da machen? Ja, guck, 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 ja sag mal, der sagt, dass es sein Hühnersuppen. Ich glaub, dass ich spin, der spin, der spin, auch des ist ja so, der hat's ja da oben. Und ich hab eigentlich eine Mülle gewohnt, aber doch kein Huhn. Ja, sag mal, ja, Fah, Mucki, was haben sie denn mit dir gemacht, ha? Ja, und ich wollt ein Mühli. Wo willst du jetzt hin? Jetzt ist das weg, ha. Tu mal wieder den Deckel drauf. Und ich wollt doch ein Mühli haben. Sag mal, wo ist denn der Bauer? So, jetzt würden wir etwa kicken, was du überhaupt wolltest. Was wolltest du? A Mühli will ich. A Mühli? A Mühli will ich, ja. Hast du das gedacht? Wann hat Hennart denn gesagt, du sprichst Englisch, du sprichst Chinesisch, du sprichst Polnisch, Italienisch, Spornisch, Jürgen? Sag mal, jetzt hab ich den Bauer auf den Teppern, da hab ich schon erzählt, dass ich eine Mühli will. Der hat mich das gleiche Scheiß gefragt, ha. Ja, sag mal, was seid ihr für Leute, ha? Was wolltest du, eine Mühli, Mühli? A Mühli. Mühli. Mühli, Mühli. Mühli, Mühli. Mühli. Ach, du wolltest Mühli hätten. Ja, Mensch. Mühli. Sag mal. Ja. Das gibt's ja nicht. Bayerisch. Bayerisch. Red ich. Mühli, Bayerisch, Milch. Genau. Ach, du wolltest Mühli hätten. Mühli. 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 Sag doch, doch, klickst, was du hätten wolltest. Mühli. Ja, ja, ja. Hab ich doch gesagt, oder? Weil ich so... Da, da... Ich weiß auch nicht, was... Hörst du doch nichts erzählen? Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Hörst du, Eckefekt, was Mühli ist? Ja, das habt doch ich nicht gewusst, dass du das weißt, ha, du... Damische Hirsch. Sag mal, was meinst du eigentlich, wenn du einen von dir hast, ha? Glaubst du denn, dass ich bayerisch kann? Ja, freilä. Das können alle kennen des, oder? Ja, sag mir wohl, wie geil dir denn? Was? Ja, siehste? Siehste was? Siehste was? Ist Plattdeutsch. Was? Ja, wo? A Plattdeutsch redst du? Ja, sag mal. Ja, hi, hi, hi. Hörnersopp, wolle ich mal. Was? Du verstehn? Hörnersopp. Kikriki! Ah, ma? Hörnersopp. Hörnersopp. Ja, verdammt. Wotorich noch mal? Seh ich mir mal, wo ist denn dat Huhn? Ja, wat? Du vielleicht? Du hast gesagt... Wie sagt's ihr? Hör... Hör... Hörnersopp. 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 Wolle ich mucken. Und da hab ich einig geschaut, oder? Hörnersopp. Und da war so ein lebendiges... Hörnersopp. 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 Wo bist du denn eigentlich her? Aus Bayern, weißt du doch, oder? Aus Bayern? Ja. Und bist du ein bayerisches Mädel? Ja, das bin ich, ja. Und was wokst du jetzt hier? Ja, ich bin, meine Tochter wohnt da, weißt du? Ach. Ja, und da bin ich jetzt in den Urlaub hergefahren. Gau. Ja. Aber du bist ja eigentlich ein feines Mädel. Ja, ehrlich? Ja. Oh, das ist aber schön, was du mir alles sagst. Ja, ich bin da. Ja, geh. Ja, weibelvoll. Ja, grüß dich, du. Sag mal, komm her zu mir. Ja. Du, aber du, du. Sag mal. Krieg ich jetzt eine Mille? Ja, du kriegst eine Mille. Dann komm mal mit mir. Ich muss aber meine Mille kann ich auch tragen. Bauer, kannst du mir das tragen? Ja, komm mal. Oh, jetzt. Oh, komm, Bauer. Ich häng mich ein bei dir, gell? Bauer, renn nicht so. Ich kann nicht so schnell rennen. Ist gut. So, Küm. Stell mal deine Milchkanne da hin. Gut, mach her. So. Ich hole dir jetzt deine Milch. Ja. Fein. Ja, ja. So, hier hast du jetzt deine Milch. Oh, mei. Für 40. Für 40 Bauer. Für 40. Ja, mei. Ja, mei. Ja, mei. Verruft. 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 Na, die Schnurten. Nicht nur. Sag mal. Nicht nur. Sondern, der ist von Norden. Ach, von Norden. Und. Da hat meine Tochter geheiratet. Verstehst du mich? Ich hab auch geheiratet. Ja. Ich hab auch geheiratet. Au. Was war das denn? Kriegen wir Milch jetzt? Ja, gibst du jetzt Milch? Ja. 20. 20 Milch. Nein, nicht. A Milch. Okay. Es ist doch alles okay.